Mit Turks Out schaffen wir einen neuen Fitness-Stand. Unsere Gründer sind immer in Bewegung. Sie fragen sich jetzt sicher, kann man damit Geld verdienen? Und ich sage Ihnen, ja, kann man. Mit sauberen Ideen. Ich bin die Erfinderin der Waschis. Maschis, Waschis. Das wäre natürlich der Knaller. Mit bahnbrechenden Erfindungen. In unserem Forschungslabor ist uns eine Weltsensation gelungen. Haben Sie das an Menschen getestet oder sind wir die Ersten? Die Höhle der Löwen. Dienstag, 20.15 Uhr bei Vox.